ARD Text im Auftrag von funk Tschüss. Tschüss. Was ist passiert? Es gab eine Explosion, fahren Sie weiter. Ich muss wohl bei der Familie! Oh Gott! Luri! War Ihr Mann religiös? Bitte? Möglicherweise sind Ihr Mann und Ihr Sohn Opfer eines Racheaktes. Von wem denn? Haben Sie gewusst, dass Ihr Sohn was gemacht hat? Hätten Sie trotzdem zur Polizei? Ich wusste es. Die in der Mordsache gemachten neueren Ermittlungserkenntnisse erfordern eine Ausdurchsuchung. Was für Erkenntnisse? Mein Mann hat niemanden umgebracht. Er wurde umgebracht! Stell Dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Und Nuri hätte überlebt. Der hätte das ganze geplänkelig mitgemacht. Die werden ihre Strafe kriegen. Das schwöre ich Dir. Frau Sekoji, haben Sie vor einem Jahr Drogen genommen? Nein! Sie haben Tat der Tat Drogen genommen! Nein! Du hast sie gesehen. Die werden Dir das glauben! Die werden Dir das glauben! Untertitelung des ZDF, 2020